Die dritte Präposition lautet an, auch hier haben wir drei Möglichkeiten, an alleine, wenn wir keinen bestimmten Artikel haben, am für maskuline, neutrale Nomen im Dativ, an der für femininen Nomen. Allgemein brauchen wir an für Gewässer oder bestimmte Orte, wie zum Beispiel Bahnhof oder Flughafen. Kommen wir zu am. Der und das ist Nominativ im Dativ dem, also an plus dem gleich am. Das Meer, wir sind am Meer. Der Bahnhof, ich bin am Bahnhof. Der Flughafen, er wartet am Flughafen. An der, für femininen Nomen, die Kreuzung, ich stehe an der Kreuzung, die Wand, das Bild hängt an der Wand.